Hey Leute herzbekommen ich bin's hier Elias und herzlich willkommen das Video für euch und ich möchte euch zeigen wie ihr schauen könnt ob ihr gebannt worden seid ob ihr gerankt worden seid oder ob euer Geld weggenommen ist und ja ihr wisst hier die Server sind gerade da und deswegen möchte ich euch kurz zeigen wie ihr auf dem Social Club schauen könnt ob das wirklich passiert das ist eigentlich ziemlich einfach und ja fangen wir einfach mal an was ihr machen müsst einfach nur auf Internet Explorer gehen zu dem Bild komme ich später dann geht ihr einfach auf Social Club wie ich das jetzt hier gemacht habe dann geht ihr auf Profile also auf euer Profil müsst ihr euch natürlich einloggen weil sonst würde das ganze nicht gehen ich meine ich auf Profil sondern auf Spiele geht ihr dann geht ihr auf GTA 5 online und dann geht ihr hier auf Karriere und dann seht ihr hier euren GTA Online Charakter und wie ihr seht ist es bei mir jetzt so ich wurde noch nicht gerankt ich bin immer noch auf 94 war nie ein höheres Level habe immer noch mein ganzes Geld und ja viele haben sich ja gefragt wie kann das Rockstar Games schauen ob das wirklich so ist ihr könnt jetzt hier sehen sonstiges ich glaube das ist wenn man Geld bekommen hat also zugeschickt hatten wie ihr seht war das bei mir der Fall und ich habe auch durch Jobs ziemlich viel Geld bekommen also Rockstar Games kann das ganz ganz leicht haben schauen ob man da irgendwie illegal sein Geld bekommen hat oder ob man das wirklich erspielt hat und ja ich habe jetzt Gesamtaufgaben schon 5 Milliarden also ist wirklich ziemlich viel und Gesamtverdienst auch 66 Milliarden und das ist auf jeden Fall alles Menge Geld ich weiß ich wurde jetzt noch nicht gedrankt oder so ihr könnt ja selber bei euch schauen einfach auf Social Club gehen euch einmelden dann auf Spiele dann auf GTA und dann auf Karriere und dann auch online die sind meine ganz normale Story Charaktere habe ich auch ein bisschen gemordet deswegen habe ich 1,8 Milliarden für die muss ich fragen hier auch zwei und zwei Milliarden aber ist ja nicht so schlimm und ja falls bei euch so aussehen sollte wie jetzt auf dem Bild hier beendet dann seid ihr natürlich ziemlich in den Arsch gefistet worden das bedeutet dann dass euer Charakter gewandt worden ist ich bin mir ziemlich sicher dass eure Xbox oder Playstation nicht gewandt wird also nicht dadurch vielleicht wenn ihr wirklich richtig mit einer Technik oder so gemordet habt dann wahrscheinlich oder könnte es halt sein aber wenn eine DNS benutzt habt dann werdet ihr auf gar keinen Fall da wird da wird auf gar keinen Fall eure Konsole gewandt ihr müsst also keine Angst haben aber falls euch halt so aussehen soll ich habe das offen hinter der Zeit gefunden dann GTA Forum das heißt die ist ziemlich krass die Seite kann man wirklich alles finden könnte man gerne selber drauf gehen und ja falls halt eben bei euch auch so aussieht dann seid ihr halt ziemlich in den Arsch gefistet weil er schon das war halt am Anfang als das Spiel raus kam glaube ich und deswegen weil er schon Rang 100 war also der Spieler deswegen wurde er glaube ich gebannt und ja ich wollte einfach nur kurz zeigen ihr könnt jetzt eben schauen wie das so ist obwohl die selber gerade dauernd sind und deswegen bin ich es auf jeden Fall ein Video wert damit ihr eben Sicherheit hat dass ihr nicht gebannt worden seid vielleicht ist es auch später noch so weil ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen unter dem letzten Video von mir das ein paar von euch das Geld schon weg genommen wurden ist und deswegen habe ich jetzt eben das Video gemacht damit ihr eben selber schauen könnt und ja sonst hatte ich mit dem Video bitte werdet dieses Video falls euch gefallen hat ich bin hier weg ciao haut rein